Hallo ihr Lieben, heute mal ein kurzes Video zum Thema Wie werde ich attraktiv? Wir Frauen wollen ja alle hübsch sein und dieses Thema hat jetzt eigentlich nicht viel mit hübsch zu tun weil hübsch sein liegt im Auge des Betrachters die einen finden dich hübsch, die anderen hässlich aber auf was du achten solltest ist deine Ausstrahlung was du von innen nach außen ausstrahlst in my life so I've been looking all over the world searching every jungle cause I'm hoping for something I've been thinking about it every night yes I'm moving closer and you better know I'm gonna find true love I'm gonna find true love someone that I can trust yes I'm going to find somebody I need somebody to love cause I've given everything that I have and still I can't find no more I'm starting to believe